... speichern. Na dann mal gucken, was können wir denn als nächstes machen. Da sind Katzenwechselpunkte, hier ist die Übersicht, da ist das. Aber wo war die Übersicht der Nebenmission? Da ist sie. So, Beobachter im Hintergrund brauchen wir noch. Identitätsdiebstahl, heiß und kalt, die Freeze-Technologie, Gewaltakte, also noch die und die Enigma-Rätsel da. Dann haben wir ja noch eine Menge zu tun. Ich würde sagen, erst mal hier heiß und kalt im Stahlwerk. Denn dann haben wir wirklich unsere Ausrüstung komplett und dann ist alles gut. Ich bin mit dem BOF noch nie geflogen. Interessant. Das heißt, ich habe hier sowieso in dem Spiel noch nie einen anderen Anzug benutzt. Jetzt sollte ich die Augen offen halten, daran vermanden. Ihr wisst schon, die grünen Typen. Aber erst mal war doch hier noch was. Jetzt dürfte ich die nötigen Codes dafür besitzen. Eisbär? Nein. Angler? Nein. Eisbär? Nein. Wachen? Nein. Magnet? Arkham? Gotham? Jaguar? Butler? Delfin? Batman? Hacker? Abteil? Effekt, Ventil, Imbiss auch nicht. Fassil ebenso. Fassil ebenso. Fassil ebenso. Ich weiß, wie ich einen Kot knacken kann. Ah, Herr Jemini. Na super. Das sagt sich so einfach, die Sticks von A nach B zu drehen. Das Problem ist halt nur... Batman-Bilanz? Batman-Bilanz, wieso nicht? Wer lagert bitte Kakerlaken auf einem Schiff? Überhaupt, was ist hier? Falkon-Shipping. Invoice Crane 0016. Ah. Dr. Jonathan Crane. Das hier ist quasi Scarecrow's kleines Geheimschiff. Für eine halbe Million hat er was gekauft? Biologische Verseuchungs... Äh. Okay, irgendwelche Behälter hat er gekauft, wenn ich das richtig sehe. Steuern. Okay, was steht da unten noch? Jonathan. Ich hoffe, alles ist zu ihrer Zufriedenheit. Mr. Fine, bla bla bla. Übermittelt Versanddetails. 15 Lieferungen wurden schon erhalten. Der Rest wird bald verschickt. Unterschrift irgendjemand, den ich nicht lesen kann. Boah, bloß raus hier. Beklemmend. Was läuft im Fernsehen? Ach so. Du fragst dich das. Na dann. Was ist denn mit der blöden Kanone los? Was ist denn mit der blöden Kanone los? Die hab ich entsichert, die Kanone. Tut mir neid. So, jetzt doch dich. Und jetzt kann ich dich verhören. Super. Bitte, lüg mich nicht an. Hab gerade erst das Blut von einem deiner Freunde von mir abgewaschen. Nein, ich werde dir alles sagen. Genau das wollte ich hören. Industriegebiet, amüsiermeile. Und schon flubbelt hier alles über. Da ist ein Rätsel. Na schau, ey, na guck. Auf dem Schiff oder auf dem Pier? Ich guck mal gleich nach, wenn ich schon mal hier bin. Sah aber nach dem Schiff aus. Ah, wahrscheinlich das hier, Falcon-Versand. Ungewohnte Perspektive. Ja, das sagt ja so lustig. Ich meine, ich sehe das Ding. Und, ach warte mal, ich glaube, ich weiß, wo der Punkt ist. An einem Ort, wo man ihn wahrscheinlich nicht so ganz vermutet. Hier war der Punkt. Gut, wenn man sich dran erinnert. So, jetzt habe ich da gerade irgendwo ein Grünling gesehen. Da. Rede. Glaub mir, du willst mich nicht anlügen. Erzähl mir vom Riddler. Ich weiß nicht viel. Bitte, ich sag dir alles. Tu mir nichts. Wenn du mich anlügst, komme ich zurück. Ah! Das Gute ist, früher konnte ich immer noch nachzählen, ob ich jetzt endlich alles Mögliche gefunden habe. Jetzt geht das nicht mehr so gut. Mir fehlen noch drei zerstörbare Objekte, aber die sind hier noch nirgendwo eingezeichnet. Oder habe ich drei? Ne, mir fehlen die. Da fehlen mir noch zwei. Hier fehlen mir noch drei. Ich habe noch lange nicht alle Informanten. Solange mir die nicht angezeigt werden, ist das alles verschenkte Lebensmüh. Ach, na komm, nehme ich das da. Ist so gut wie alles andere. Fuck, Maffreeze. Der weiß, wie so ein Schneemann sich fühlt. Ah, weil es doch immer so lustig ist, wenn ich die Leute ausschalte. Das war schon mal Mist. Das war einfach nur Mist, dafür gibt es keine Entschuldigung. Das war einfach doof. Gut, gibt es hier noch irgendeinen anderen grünen oder muss ich mich mit dem da unten begnügen? Wahrscheinlich muss es der Typ da unten sein. Gut, Taktik. Das Gute ist, theoretisch kann Joker Ihnen nicht mehr verraten, wo gerade jemand gefallen ist. Ich würde nur gerne jetzt Leute verschwinden lassen, wenn du versteht, was ich meine. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier keine Mauer stand. War auch nicht besser. Na gut, der verschwindet gerade nach unten und der da... Gut, den kriege ich nicht mehr. Nicht so weiter. Was ist mit diesem bescheuerten Ritter los? Hat er nichts besseres zu tun, als überall in Arkham City grüne Fragezeichen zu verstecken? Antwort, nein. Was ist da so los? Klär mich auf, ich kann mich nicht wirklich aus bei euch. Sorry, hast du dem Typen gerade zugewunken? Sag doch mal. Was hat Riddler vor? Nein, bitte! Mehr hat er mir nicht gesagt! Danke. Gut. Und direkt aus dem Stahlwerk, Infos. Und ein Stufenanstieg. Meine Güte, wir sind heute aber gut. Jo, nehmen wir die Freeze-Annäherungszyndermine. Auch wenn ich nicht so recht weiß, was ich damit will. Aber erstmal haben. Auch hier hinten haben wir noch genug Zeug, was wir aufpowern können. Ich muss mir also gar keine Sorgen machen. So, komme ich hier rein? Wahrscheinlich nicht. Nö. Also über die Explosion rein. Zumindest hoffe ich, dass es über das Explosionsfeld reingeht. Weil wenn nicht, dann wäre das ziemlich schäbig. Dann müsste ich... Umwege in Kauf nehmen. Na ja, wusste ich's doch. Hier geht's ab. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Ja, Mann. Er war einer der Besten. Er war wie ein Bruder. Ja. Was für ein Abgang. Ich... Was für ein Abgang. Blablabla, Abgang, blablabla. Oh. Okay, hier sind noch eine Menge Fragezeichen. Aber ich kann mich darauf achten, dass ich erst vom Hahn des Jungs. Sekunde. Wen haben Sie aus den Trümmern gezogen? Marky, von wem redest du denn? Joker. Joker? Joker ist tot? Es ist Warmer. Ansonsten hat Batman ihn umgelegt. Die Fledermaus. Ja, genau der Batman. Och, nö. So, keiner von euch nimmt sich jetzt hier eine Waffe, denn das wäre Schummeln. Er ist leicht Batman. Wie nett, ich lege auch noch gleich den Typen aus der Gefecht, der am gefährlichsten ist. Na super, hier gibt es noch mehr Waffenkisten, merke ich gerade. Oh ja, okay, mach ruhig. Du solltest abhauen, Batman. Wieso? Läuft doch alles. Gut, war ein bisschen anstrengend, aber ansonsten... Wie war ich beim letzten Mal? Entspann dich, das wird schon. Ach, wirklich? Ich versuche, die Dinge stets positiv zu sehen. Ich nicht. Wenn einer in der Scheiße landet, dann bin das meistens ich. Es wird alles tun. Ist ja nicht so, dass Batman mal kurz hier vorbeischauen wird. Er ist viel zu beschädigt. Ah, wird sich zeigen. Wird sich zeigen, in der Tat. Vorsicht, die Fledermaus! Na, komm schon! Aua, aua. Mist, 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 aua, Mist. Wieso funktioniert hier drin eigentlich kein richtiges Ausschalten mehr? Gut. Ruhe im Karton. Sind hier im Schacht noch irgendwelche? Nein, keine. Aber ich könnte wetten... Hä? Okay, noch ein Versuch. Diesmal aber nach oben. Und dann sagte sie, das nehme ich auf keinen Fall komplett in den Mund. Echt witzig, Mann. Und was passierte dann? Hey, Jungs! Ich bin so ein Spielverderber. Oh, du willst mehr? Hurra! Hurra! Es ist die blöde Fledermaus! Was ist denn mit der blöden Kanone los? Könnte sein, dass ich diesmal nicht mehr auf den grünen Rücksicht nehmen kann. Wenn ich fertig bin, dann kenne ich nicht mal mit deiner Mama. Dann hör doch mal auf dich dauernd einzumischen, Junge. Du hast noch die Möglichkeit, das Ganze zu überleben. Noch. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Ah. Ja. Ah. Mist. Meins. Preis. Oh, und noch eine Harley haben wir hier. Zwölf Harley-Köpfe zerstört. Wir kommen voran. Keine weggeordnet, aber hier ist doch bestimmt ein Tipp. Genau da ist nämlich einer. Die Witzkiste. Was? Ja, nein. Später. Außer bloß, ich kann hier durchschlagen. Wahrscheinlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Auswählen. Und Knack-Duff. Freeze-Technologie. Freeze-Granate. Hübsch. Gibt es hier unten noch irgendwas zu tun? Oh ja, wenn ich rauskomme, gibt es gleich noch zwei so eine Dinger. Aber wo? Okay, einer ist quasi direkt hier unten und der andere etwas weiter hinten. Ah. Na gut, wenn ich raten müsste. Kuckuck, ist hier eine Trophäe? Da ist ja eine Trophäe. So, die letzte müsste quasi hier direkt im Unterholz sein, wenn man so will. Ah, da ist er ja. Ja, da können wir uns ja wieder verabschieden. Oder auch nicht. Das ist jetzt natürlich die meisterhafte Frage. Wie komme ich hier am besten wieder raus? So scheint mir ein ganz guter Weg zu sein. Hier noch was? Nein? Gut. Gut. Okay. Ah.